Und das ist, wo wir auf dem Stein waren. Guck mal, wie hoch das jetzt war. Da sind wir noch gar nicht rum gewesen, da hinten ist der See. Siehst du das? Ja, warte mal, haben wir ein Foto? Ja, du jetzt auch dazu. Ich mach hier doch schon Fotos. Luana, komm mal Fotos machen. Komm, Luana. Da kommt ein Esel. Komm du jetzt her, du Esel. Du bist ja schon. Hier ist es einfach so. Ja, normal. Wir fahren jetzt in unserem Schochrisch hier. Das ist der Heimbus hier, das ist der Heimbus. Da ist er ein Esel. Das ist der Heimbus hier. Ja, das ist der Heimbus hier. Ah, das ist der Heimbus hier. Ja, das ist der Heimbus hier. So, es ist ein Esel auch hier. Also, es ist ein Esel. Machen wir Sitz. Ja, schönes Foto. Sieht das toll aus? Da hinten ist vom Taiki, sind die Pferde da. Das ist eine kleine Häuschen da. Ich gehe in das Bräu. Ich gehe in das Bräu. Ja, bravo. Ich gehe in das Bräu. Ich gehe in das Bräu.